Hallo, ich bin hier im Autosalon Genf. Kommt einfach mal vorbei, schöne Frauen und schöne Autos genießen. Ab morgen, 5. bis 5. März 2015 ist ich hier in Schwitz, in Genever, in Genf. Wenn du dein Leben genießt, ist es nur zwei Sachen im Leben. Das sind Frauen und Autos. Ich bin sogar aggressiv. Ich bin Genf. Ich weiß nicht, wieso Gott so etwas schon gemacht hat. Aber ich bin sogar da.